Thema dieses Films ist die Oberfläche unseres Planeten. Die Erde entstand vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, vermutlich durch Verklumpungen in einer großen Wolke aus Gas und Staub, dem Vorläufer unseres Sonnensystems. Die größeren Klumpen sammelten durch ihre Gravitation weiteren Staub auf. Die Erde wuchs dann wohl durch Kollisionen solcher Klumpen zu einem Protoplaneten heran, der bereits einen metallischen Kern und einen Gesteinsmantel hatte. Aber es dauerte noch Milliarden von Jahren, bis sich das Erdinnere, die Atmosphäre und die Erdoberfläche so ausgebildet hatten, wie wir sie heute kennen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte Untertitelung des ZDF, 2020